willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal ramsus der dicke und ich weiß normalerweise sollte man das nicht machen aber ich mache es halt einfach trotzdem weil man lebt nur einmal und es hat im prinzip auch was mit dem kanal zu tun mit einem video was ich auf dem kanal hochgeladen habe was auf dem kanal zu finden ist und selbst wenn es nichts mit einem vorhandenen video zu tun hätte würde ich das jetzt einfach machen weil es geht ja um mich und der kanal geht auch um mich und ich möchte mich der welt einfach mitteilen damit die eine hälfte mich auslachen kann und die andere hälfte kann sagen du dich fühle mit dir das habe ich auch schon erlebt jetzt aber und was geht es ich habe hier dieses schreiben bekommen das war heute in der post von der polizia wie seren würde jetzt wieder schreiben unscharf unscharf das hatte ich im postrohr das geht um folgendes video pokémon go wenn aus freunden feinde werden real talk da ging es ja um verschiedene sachen aber einer kam am ende und wenn ihr das nicht gesehen habt guckt euch das video ruhig noch mal an wenn ihr gar nicht wisst um was es geht dann macht am besten jetzt aus und versucht euch gar nicht erst in die materie rein zu fuchsen ich möchte euch jetzt mal zeigen was in diesem brief steht das ist ein riesen pamphlet hier das sind vier seiten das ist ein heiden mischmasch ich habe euch die erste seite mal abfotografiert die möchte ich jetzt mal mit euch durchlesen weil ich es einfach lachhaft finde so schriftliche äußerung als beschuldigter das bin ich sehr geehrter harris ihnen wird vorgeworfen folgende straftat begangen zu haben beleidigung du arschloch gemäß paragraf 185 stgb am samstag den siebenundzwanzigsten sechsten 2020 tatort rildburghausen am siebenundzwanzigsten sechsten habe ich schon ein video hochgeladen deswegen ist das die tat tat und das video ist der tatort sozusagen ihnen wird hiermit vorgeworfen ach nein ihnen wird hiermit gelegenheit gegeben sich zu den beschuldigungen zu äußern zu welchen jetzt die beschuldigung ist beleidigung welche beleidigung denn bruder schreibt doch mal bitte rein um was es wirklich geht anstatt einfach nur hey du du hast beleidigt jetzt äußere dich mal dazu was habe ich denn gesagt was ist die beleidigung um was geht es oder kann man jetzt einfach alles als beleidigung auffassen was ist eine beleidigung was ist keine beleidigung was ist freie meinungsäußerung was ist eigene meinung irgendjemand hat mal gesagt wenn man zu einem polizisten sagt du arschloch dann ist das eine beleidigung wenn man sagt meiner meinung nach sind sie ein arschloch dann ist das keine beleidigung denn man hat ihn ja nicht als arschloch abgestempelt man hat nur gesagt dass man selbst das empfinden davon hat und der eigenen meinung nach ist derjenige so aber nicht er ist allgemein so das eine ist eine beleidigung das andere ist eine meinung das auf jeden fall sehr lustig so ich darf mich also jetzt zu den beschuldigungen äußern die beschuldigungen johnny nippel verfolgt mich das ist aber schön ich nehme gerade das video auf das lustige wenn obs angeschaltet ist da wird das immer mit angezeigt dankeschön johnny nippel an dein abo sie werden gebeten dem beiliegenden äußerungsbogen in gut leserlicher form ausgefüllt und unterschrieben innerhalb von zwei wochen ab zugang dieses schreibens an die oben angegebene polizeidienststelle zurück zu senden äußern sie sich zum sachverhalt bezüglich der beleidigung gegen den herrn fischer mensch jetzt werfen die hier mit namen um sich das habe ich bisher noch gar nicht gemacht aber in dem video ging es wie gesagt ja um den fischi aus freunden werden feinde so viel weiterhin löschen sie bitte das video von der internetplattform youtube in welchem sie den geschädigten herrn fischer beleidigen also dass der herr fischer der fischi geschädigt ist das ist ja kein offenes geheimnis inwiefern ich ihn geschädigt habe das steht auf einem anderen zettel mit freundlichen grüßen müller natürlich bester name müller schmidt ihr wisst jeder polizist heißt müller und jeder zweite polizist heißt schmidt so geht das ab jetzt also was ist passiert warum wieso bin ich schon wieder der schwerverbrecher das ganze bringt mich zu dem schluss dass die polizei wirklich einfach jeden mist aufnimmt aber das müssen sie ja eigentlich ist es ja sogar gut so dass sie jeden mist aufnehmen wenn irgendwas ist ich gehe dahin und sie sagen ach das ist doch bullshit und ich gehe wieder dann denke ich ja auch toll die nehmen ein gar nicht ernst leider müssen sie jeden ernst nehmen eben auch einen geschädigten herrn fischer oh mein gott das ding ist ich soll das video löschen das video ist doch aber gleichzeitig mein beweismaterial denn ich werde folgendes tun weil es ebenso lachhaft ist ich werde mit diesem schreiben zur polizei gehen jetzt gleich im anschluss ich werde eine gegen anzeige starten wegen beleidigung und zusätzlich wegen mobbing hey das ist doch richtig cool ich kann jetzt schon wieder wetten wenn ich zur polizei gehe und anzeige wegen mobbing oder beleidigung machen will die lachen sich ins fäustchen und denken was für ein kindergarten komisch die gegenseite durfte das ja aber auch machen also da ist das ja mein gutes recht das auch zu machen denn mein video war eine reaktion auf herrn fischers verhalten der herr fischer hat mich mehrere male öffentlich bloß gestellt ist mich mehrere male öffentlich angegangen unter meinen videos unter meinem kanal immer wieder hat meine videos verfolgt und gemeldet hat negative hater böse kommentare darunter geschrieben aber ist ja alles okay der ramses ist keine fotze deswegen rennt er nicht zur polizei und heult darum der ramses hat einfach dann darauf reagiert und gesagt dass er selber schuld ist dass er die videos immer angezeigt kriegt weil er mir damals so tief in den arsch gekrochen ist und immer alles bei vorschlägen so positiv bewertet hat und mit jedem weiteren mal wo er wieder auf ein video klickt merkt youtube ja das ist ja interessant für ihn sonst wird er nicht drauf klicken also schlägt ihm wieder vor er steht sich also selbst im weg merkt es nicht geht aber nur auf die videos um zu beleidigen um zu heyden um mist von sich zu geben dann habe ich mit ihm ja darunter auch geschrieben wo er mich ja auch beleidigt hat weil ich ja dumm bin in seinen augen beziehungsweise er hat nicht gesagt meiner meinung nach bist du dumm er hat gesagt mit dummen menschen gebe ich mich nicht ab ich bin ein dummer mensch das hat er richtig zum ausdruck gebracht dass ich dumm bin nicht seiner meinung nach sondern allgemein dumm so generell für jeden das ist ja also der hat mich ja richtig beleidigt jetzt muss ich ja auf die polizei gehen muss eine anzeige machen wegen beleidigung weil ich eine fotze bin deswegen muss ich eine beleidigungs ach eine anzeige machen denn es ist so ein witz dass eine kleine wurst die anfängt im internet die große fresse zu haben und zu sticheln und zu machen jetzt wo ich es haben mich ja auch leute gefragt wer ist dieser fischi der da immer kommentiert wer ist das der da immer drunter schreibt warum geht er dich so an deswegen habe ich das aufgeklärt und mal die geschichte dazu erzählt wie das alles passiert ist und da gab es in dem sinne keine beleidigungen vielleicht am ende wo ich in einem kommentar ihm geschrieben habe wenn er immer wieder auf diese videos drauf geht und immer wieder was drunter schreibt und sich dann beschwert dass ihm weiterhin videos von mir angezeigt haben ist er einfach ein vollpfosten weil er selbst im prinzip das in der eigenen hand hatte aber ja keine ahnung jetzt soll ich dieses video löschen aber dieses video zeigt ja eben auch seine kommentare es zeigt ja dass bevor ich mein video gemacht habe er schon im internet die ganze zeit gegen mich gehetzt hat die ganze zeit mich verfolgt hat gehatet hat einen angegangen ist beleidigt hat in diesen kommentaren in dem gespräch er auch wieder beleidigt hat also das video darf ich ja unter keinen umständen löschen denn das ist mein beweismaterial er macht eine anzeige wegen beleidigung obwohl er selbst beleidigt hat und vorher einen gemobbt hat im internet und ich mich als gemobbter dann dagegen gewehrt habe und schon heult der mobber rum macht sich zum opfer rennt zur polizei schon muss der ramses weil ich werde ja auch einfach draufschreiben dann ich werde das beantworten aber einfach mit einer einfachen frage welche beleidigungen im raum stehen und das soll die mir mal sagen weil ich soll mich zu den beleidigungen äußern wenn ich nicht mal weiß welche beleidigungen es gibt also sollen die mir bitte mal angaben geben was gefallen ist welche beleidigungen stattgefunden haben angeblich hätte ich ihn ja als nazi oder narzisst bezeichnet oder sonst was dieses wort wie gesagt narzisst ist nirgendwo gefallen es ging darum dass er in der pokemon go gruppe die ganze zeit gegen den einen ausländer gehetzt hat weil er nicht richtig deutsch schreiben kann und sich öfters mal verschreibt und er immer wieder auf dem rum gehackt hat obwohl er ja so ganz klar gegen nazis ist aber dann ausgerechnet immer gegen den ausländer hetzt und deswegen habe ich gesagt siehste wie schnell könnte man dir jetzt den nazistiefel anziehen und sagen du hast was gegen ausländer du kannst das jedem einfach äh zuschreiben diese rolle wenn irgendjemand irgendwas sagt dann wird er gleich als nazi abgestempelt und das kann ihm auch passieren aber er hat gleich gesagt ich habe ihn als nazi bezeichnet fertig es ist wieder was ganz anderes aber die leute drehen und machen wie sie es wollen ich werde also zur polizei gehen jetzt die werden mich eh wegschicken weil sie sagen hier corona bruder schreib bitte mal einen brief was du überhaupt willst aber ich werde mein glück versuchen ich finde es auf jeden fall komplett schwachsinnig das video werde ich auf jeden fall auch online lassen das ist wichtig das brauche ich wenn aus freunden feinde werden real talk ich werde das auch mit angeben ich kenne seine adresse nicht ich kenne gar nichts so weiter aber wenn die das aufgenommen haben müssten die ja genau wissen wo er wohnt was er macht er hat mir seine adresse also geliefert und jetzt gehe ich also dagegen vor weil er gegen mich vor geht und er hätte ja so schlau sein müssen wenn er die ganze zeit mobbt und beleidigt ich mich dagegen wehr er dann rum heult dass wenn er dann was gegen mich macht es wieder auf ihn zurück kommt so ihr seht die welt ist ein großer haufen mist und mal gucken wer am ende am längeren hebel sitzt ob die gerechtigkeit siegt was er meistens eh nicht macht im endeffekt wird meins abgelehnt weil es heißt ich will mich nur rausreden ihm wird recht gegeben weil er ist ja eine kleine wurst und deswegen hat er ja sowieso immer gewonnen danke an biala übrigens nochmal für die flasche erst mal mut antrinken ne ich ziehe jetzt auf jeden fall los und wir können ja nochmal drüber reden irgendwann wenn ihr bock habt oder schreibt was in die kommentare da können wir nochmal drüber diskutieren was ihr von so einem verhalten findet und mal gucken wann die nächste anzeige kommt dann werde ich euch auch wieder berichten das war es auf jeden fall von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out for out euer Ramses ãy abone hot